Hallo Leute und herzlich willkommen in der nächsten Folge von ... äh ... einfach ... Heute ist erstmal ja kein Thema, muss auch mal sein. Wir müssen ein bisschen ein bisschen aufsparen noch, ne? Es wird schon bald keine Themen mehr, das wäre ein bisschen doof. Einmal mal eine Folge lang konzentrieren. Ja ... Das sieht gar nicht gut aus. Ist hier durch? Ne. Hallo ... Ich werde mir auch schocken, ey. Also ich brauche mal noch ein Sammeln von letzter Folge, ne? Ding und das hier. Er ist mit diesem Schatz hier. Wie fühl ich die kacke aus? Wow ... Das ist ein enges Stein. Lästig machen, ne? Wie das in die kacke Lava fällt. Das fände ich mich fatal. Wie das hier. Nein. Ach Diyaaas. Das ist doch mal lifestyle. Ich frag jetzt jetzt, wo ist? Wo ist der Lava-See? Es muss ja immer eine Höhle geben Das ist klar oder? Gibt es ja auch eine Höhle dazu? Gibt es eine Höhle? Nicht wirklich oder? Ich schaue auch ein paar Lava drauf Das macht es motiviert Mal schauen Ein bisschen zu spät, der konnte ja Kann ich denn jetzt mal hier durchbuddeln? Ah, natürlich nicht Wo kommt die? Wie ist denn der Kack? Das ist eine spannende Folge Ich habe euch jetzt ein Thema Ich muss ja ganz viel sagen und Lava Ich bezahle mal auch nicht mehr so lange Na wie früher Na wie? Später So So Ich habe euch jetzt sehr viel hier, man Ne, schon gut Ja 6 werden besser Also habe ich nicht beklagen Ich darf mich jetzt mal Das Eisen schon durch Ich muss jetzt nichts reinschmeißen Ich mach den schnell verstauen Ich darf mir eine Werkzeuger machen Ruhig da ran Langer Weg Ach Leute Soll ich auch mal mit der Lamonee Ich muss wissen, wo ist die denn? Wo kommt die raus? Da oder was? Jetzt begleitet er wo? Jetzt kann ich nicht, dass mir gerade eine gute Hühle durch die Lacken geht Ah, jetzt sieht das anders aus Aha! Ich hab mich besucht Die Hühle Oh shit Ich komm sogar Durchgang Ich so Puh Ich hab hier was gefunden Na Schaut mal einmal kein Thema an und schon Mal die ganzen Hühlen Das war eine Folge wie in Advanced Na? Zwei Niveau Diamanten Da sind Diamanten Was ist denn die nächsten? Was für eine Flut? Hilfe Ich hab die Spawn-Rotter erhöht hier Ich hab die Spawn-Rotter erhöht hier Ich hab mich weg Ich hab die Spawn-Rotter erhöht Nachdem die Spawn-Rotter gezogen ist Das hat mein Kanal abgesehen Muss ich mit irgendeinem anderen Fuß machen, ey, shit. Muss ja die Maus, die Hand an der Maus haben, ne? Shit. Ich habe das Gefühl, es war so anders, als wenn man den Fuß aufsteht. Das heißt, mein Zeh. Wow. Die Roterwahl. Ah, das ist immer wieder hier, ne? Wir haben jetzt nochmal viel Gas. Das war willig. Ich will mehr. Was ist denn für nur wieder? Uuuh! Ich hab nicht so sehr verlaufen. Ist geil, dass ich niemals Betäter habe. Ich kann mich jetzt nicht retten wie in Entwarns. Ich hab nicht mehr hier in Entwarns. Aber bei der Roterwahl könnte man noch... Das ist ein bisschen was. Keine Eisen. Guck mal hier oben. Ich will auch noch mehr Dämonen haben. Ich will auch noch mehr Dämonen haben. Ich will auch noch mal Dämonen haben. Ich will auch noch mal locker her. Ich will auch noch was. Ich will auch noch mehr Dämonen haben. Das ist immer wieder Dämonen, dass es ein bisschen zu tun ist. Ich will auch noch mal einfach nur Dämonen aufberen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020